medal leute und ein herzliches willkommen hier bei mir auf meinen kleinen rumpeligen antimobbing kanal und einen lieben gruß hier aus dem windigen und kalten stralibu heraus wir haben gerade eine ein westwind von 5 bft in böhn bis 7 und minus 4 grad zum zeitpunkt der aufnahme ist 16 50 das heißt ich bin vor einiger zeit von der arbeit nach hause gekommen war noch einkaufen wie ist das und es hat angefangen zu nieseln was das ganze noch ein bisschen unangenehmer macht ist es ekelhaft kalt ist es ekelhaft windig wir haben heute im 20 ersten ein samstag oder sonnabend oder wie auch immer ihr sagen wollt ja meine damen und herren heute wird glaube ich kein schönes video ich habe mir ein glas wein eingeschenkt jetzt beginnt auch mein feierabend grüße geht raus an das beste volk der welt das arbeitende volk hier beginnt mein feierabend hier beginnt mein wochenende ich habe mir ein glas wein eingeschenkt ich habe mir eine räucherkerze angemacht und ja ich glaube heute wird kein schönes video es wird kein spaßvideo heute ich habe den stream von reiner gestern abend schon zusammen oder gestern nacht mehr oder weniger schon zusammengeschnitten nach meinem stream ich hatte gestern einen sehr schön stream übrigens ich hatte auch wieder mehr zuschauer als der reiner selbst und ich hatte wenn ihr jetzt quasi keine jetzt gleich keine erwähnung findet habe ich euch quasi im stream schon erwähnt so ein ding ist das der will kinos hat 66 66 in meine trinkgeldkasse quasi reingeschmissen hat geschrieben gute arbeit machst du auch eine wichtige finde ich und sehr unterhaltsam dazu dankeschön außerdem ist steffen ott und rubbel die waldfee zum zweiten mal kumpel geworden vielen vielen lieben dank so gronk hat wieder geschossen in reiner richtung und reiner wird sehr viel über gronk und über liebe reden und wahrscheinlich werde ich das eine oder andere mal hier auch emotional dazwischen grätschen müssen dass mein zusammenschnitt weiß ich gar nicht viel der geht irgendwie eine halbe stunde und ich sag mal so in 35 minuten sollten wir hier durch sein ich gebe mir mühe ich nehme euch einfach mal drüber wir gucken uns erst mal an was gronk quasi so in seinen stream gesagt hat ja lehnt euch zurück und genießen show oder kraft hier die soll über uns machen die statu der kraft so am besten so so finde ich gut neue statu bauen schnell kommt alle her warte geht aber schnell dauert eine halbe minute wieso bist du eigentlich unbekleidet ich wohne in einer kommune so warte das war das erste aber es gibt noch ein paar mehr clips hilfe ich bin zu schwer ich habe schon wieder wassereinlagerung das war nummer zwei jetzt kommen wir zu nummer drei wem geben klaus uwu ich muss meine ich muss meine pels auch füttern können die nicht an der regulären arbeit nachgehen und ihr einkommen wird dann auf das kont auf ein gemeinsames konto gelagert und kann jeder essen davon kaufen oder lieferando rufen ist ja völlig unrealistisch hier alles okay wir müssen warten wir müssen ja das ist schon ist schon also für gronk ist das schon sehr hart hey der talk ich glaube gronk ist besser informiert als wir alle glauben mit long 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 ist ein richtiger elite hater glaube ich lieber ehrenhater dankeschön vielen dank lieber ehrenhater nochmal dankeschön ganz ganz lieben dank nochmal das wird reiner gar nicht gefallen das wird reiner gar nicht gefallen davon hat reiner zu dem zeitpunkt aber noch nichts mitbekommen und wir gucken uns jetzt das kleine worst of aus seinem stream mann ich werde euch mal ein bisschen big city life das war ja auch um 2005 rum und was erzählen später über den neutralen nachbarschaftlichen krank das hat sich noch nie ein youtuber für mich eingesetzt noch nie ja kein wunder die haben immer nur nachgetreten das problem ist die leute die am meisten nachtreten sind die größten youtuber wie gronk und die hast du halt nur am hättesten genervt auch die die am besten einfluss haben ich bin keine große wie groß oder klein ist wenn man sich für jemanden einsetzen macht man das unabhängig davon wie groß man ist also bei einer was ist denn was ist denn hier mit dem guten ben gewesen zum beispiel ich setze mich auch für andere ein obwohl ich nicht viel zu sagen ja sag mal ein beispiel wann hast du dich für jemand anders eingesetzt jetzt kommen mir nicht mehr mit der scheiße mit einer schwester ist halt blödsinn der einzige der macht dass ich meine zeit lang positiv geäußert hat das war das war der monte aber selbst der mittlerweile schlecht über mich monte hat in dem scheiß fernsehinterview gesagt der drachenlord wird nicht gemobbt ja das ist noch sind wir hier beim witzigen part ne also reiner hat er nicht wieder den schaschlich spieß ins gesicht gesteckt und das was wir jetzt hier gerade sehen es hat er sehr sehr lange durchgezogen ich sage nicht mal zehn sekunden zehn neun acht sieben sechs fünf vier drei zwei das reiner ich habe gewonnen was kriege ich jetzt 99 die punkte bei 100 wessel waschmaschine gewesen so ein song machen wir noch den machen wir noch und dann wird man gequatscht über das thema krank da fragt man sich warum ich glaube reiner dieses krank thema hat dich sehr sehr hart verletzt so und letztes mal etwas entspannender und in der gleichen zeit gehen wir mal auf grunk ein let's go also passt auf ich habe grunk früher respektiert früher nicht mehr jetzt warum nicht warum respektiert ihn jetzt nicht er hat ja prinzipiell erstmal nichts getan jahren ich habe ihn nicht für das respektiert was er erreicht hat ich habe auch nicht für er bin auch nicht für das respektiert wie er mit seinen zuschauen gegangen ist und ich habe ihn für seine ansicht ja hättest du mal dann ein beispiel an ihm genommen weil ich glaube da geht es sehr gut mit seinen zuschauern sonst hätte er ja nicht so eine große vorleger schafft ne reiner du hast immer nur irgendwelche letztes von ihm kopiert so hätte einfach mal den stream von ihm angeguckt jetzt mal geguckt wie er mit seiner zuschauerschaft umgeht respektiert die ich in vielen tausenden von minecraft folgen gesehen habe und wo ich immer sagen musste ich fand es interessant ja seine ganzen songs seine ganzen seine ganzen songs sage ich schon seine ganzen gesprächsthemen die er da hatte ich war echt extrem beeindruckt von diesen menschen weil es war ein mensch der über viele themen gesprochen hat dem ich teilweise gar nicht interessiert haben ich dann aber dadurch erst einmal auf bestimmte themen aufmerksam wurde grunk kann kritische themen schon sehr gut umschiffen im regelfall viele sachen die grunk in seinen videos und seines streams erinnert hat fand ich mir beeindruckend und interessant achtung die sache ist die ich habe grunk nie als vorbild gesehen weil ich mir niemand anderen als vorbild nehme wenn überhaupt ein mensch auf dieser welt ein vorbild für mich gewesen wäre dann wäre es mein vater gewesen nicht grunk nee reiner das das kaufe ich dir nicht ab pass mal auf als dahin als sein vater metal aufgesagt hat hast du ja so ziemlich alles zerstört was er aufgebaut hatte und aus deinen ganzen reden die wir uns über die jahre angehört haben haben wir immer wieder gehört dass du eigentlich dein dass das eigentlich mehr angst vor deinem vater hattest als irgendwie dass du da irgendwie ein vorbild in ihm gesehen hast oder irgendwie ihn geliebt hast so zumal ich mir niemals ein vorbild von jemandem nehmen würde den ich nicht persönlich kenne also das wären dann menschen in meinem realen umfeld gewesen mein onkels mein vater mein onkels meine paten meine tanten menschen in meinem umfeld in meinem direkten umfeld aber keine personen aus dem internet ich habe nie zu irgendwelchen schauspielern oder musikern aufgesehen und gesagt das ist mein vorbild so möchte ich sein nein jeder mensch auf dieser welt hat seine probleme das gilt für phil collins genauso wie für grunk wie für alb lali wie für mich wie für jeden anderen menschen jeder von uns hat sein päckchen zu tragen das von manchen ist etwas schwerer als das von anderen richtig rein ich habe in meinen dms ob das jetzt twitter ist ob das jetzt telegramm ist das instagram ist manchmal auch hier in youtube in den kommentaren viele leute denen es manchmal schlecht geht und die sich bei mir bedanken so ich mache das irgendwie niemals öffentlich so das würde mir auch gar nicht irgendwie einfallen so aber ich möchte einfach mal ganz kurz drüber reden ich habe hier leute die mir schreiben dass sie starke depressionen haben und dass sie manchmal nur aufstehen um sich irgendwie meinen scheiß anzugucken dass sie wochenlang ihre wohnungen nicht aufräumen können dass sie wirklich wirklich sehr oft ich habe das jetzt gerade gestern gehabt sehr oft mit sich selbst zu wagen ich habe leute die haben wirklich schlimme schlimme krankheiten ich habe leute die haben unheilbare krankheiten die mir nachrichten schreiben und irgendwie ich deren leben mit meinem quatsch den ich hier mache so sechs vor ich bin halt ein typ der im internet blödsinn labert dass ich denen damit irgendwie und nur ein paar minuten so jeden tag den den ich hier den ich mich hier hinsetze und ein paar minuten kann ich den irgendwie ein lächel ins gesicht zaubern weil die mich irgendwie mögen weil die meine art mögen weil die meinen humor mögen weil die sich gerne mit mir zusammen über dich aufregen und reiner es gibt da draußen so viele leute die es unverschuldet denen ist unverschuldet einfach viel viel schlechter geht als dir ja und ich wünschte mir das ist dass diesen leuten mehr geholfen werden könnte anstatt dass da irgendjemand im internet sitzt und vor sich hin bettelt und sich noch irgendwie für das höchste wesen hält und so arrogant ist wie du und manchmal ist das auch ein grund für mich weiterzumachen so gronk hat vor etwa fünf jahren angefangen über mich zu reden vielleicht ist es auch schon ein bisschen länger her knapp 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 sieben jahre sind das sogar schon sieben acht jahre ich bin mir nicht ganz sicher irgendwann 2015-16 fing es zu sehen und ich bin mir nicht ganz sicher ist an und hat dann in mehreren seiner live streams und seiner videos mit seinen freunden unter anderem auch so mit seiner frau und so weiter oder seiner damaligen freundin oder freundin ich weiß nicht ob die immer noch zusammen sind hat er sich angefangen sind gronk und fandoro ja noch zusammen ich glaube schon ne fangen über mich lustig zu machen in seinen videos und das war etwas was ich extrem scheiße fand und also ja rein ja aber du hast dich nun mal genau dazu gemacht so eine lolkau im internet tja weil mir das bis dahin nie untergekommen war ich habe noch nie mitbekommen dass gronk sich über eine bestimmte person lustig macht ja er hat hier und da mal ein paar jokes gerissen aber nie über eine individuelle person das hat er bei mir aber getan vielleicht habe ich das auch damals noch nicht mitbekommen ich habe nicht alle videos von gronk gesehen um gottes willen aber ich habe nie irgendwelche videos gesehen von ihm in denen er sich über einzelne individuelle personen lustig macht hat er bei dir ja prinzipiell auch nicht er hat ja immer nur so kleine seiten hiebe verteilt so ne oh ich mach poster kack auf und so nur über mich das hat er gemacht zum beispiel in so einem feuerwehr spiel äh das hat er gemacht in so einem feuerwehr spiel ich weiß nicht genau das war mit turbinator currywurst lp und turbinator da haben die zusammen aus welchem grund auch immer und da hat er sich aus irgendeinem unerfindlichen grund über mich lustig gemacht das war damals war das thema poster verkauf weil ich damals den poster verkauf bei mir vor der haustür gemacht habe gronk hatte überhaupt keine ahnung um was es bei dem poster verkauf ging den poster verkauf habe ich aus einer situation heraus gemacht die wichtig war ich hatte zu dem zeitpunkt kein reiner der poster verkauf war einer der schlimmsten fehler ich würde sagen schlimmer als hier traut euch kommt zu mir das war einer der schlimmsten fehler in deinem in deiner youtube karriere weil nach traut euch kommt zu mir ist keiner gekommen die leute kamen erst als reiner dazu aufgerufen hat ich möchte hier poster verkaufen da ging die besucherstaffeln los strom und kein internet ich hatte zu dem zeitpunkt keine möglichkeit geld zu verdienen ich hatte zu dem zeitpunkt keinen strom naja prinzipiell hättest du erst mal arbeiten gehen können also so richtige echte ehrliche lohnarbeit und damit auch eigentlich einen essentiellen punkt den die meisten menschen für selbstverständlich halten nicht mehr gegeben und ich hatte keine absehbare zeit wann ich das wieder bekomme weil damals hatte ich 15.000 euro strom schulden die kein mensch sich erklären kann wo die herkommen doch ich schon hast du nicht bezahlt und wie das alles passieren konnte wie kommen wie kann es sein dass ich 15.000 euro strom schulden in drei jahren vier jahren fünf jahren aufbaue und dann noch dazu so extremen maße bei jedem anderen hätten die schon nach einem jahr oder nach einem halben jahr schon den strom abgeschalten bei mir kamen die nach vier jahren so und das hat kein mensch verstanden und ich sitze naja das haben schon sehr viele verstanden nur du hast es nicht verstanden reine dann auf meinem balkon und habe diese idioten von hatern die vor meiner haustür stehen und mir auf den sack gehen zu dem zeitpunkt war die hater noch gar nicht da da standen noch gar keine leute vor der tür ich hatte ein paar monate ein paar jahre zuvor hatte ich poster angefertigt als du deine 100 abos hattest hattest du autogrammkarten und poster gedruckt poster wollte ich ursprünglich über meine damalige webseite verkaufen die dann aber nicht funktioniert hat dann wollte ich es über ebay machen hat alles nicht funktioniert deswegen hatte ich diese poster ich hatte die zuhause genau jede shop hatte ich irgendwie abgelehnt hatte ich gedruckt das hatte überhaupt nichts damit zu tun gehabt dass ich zuhause bei mir vorher ein poster verkauft zu machen ich habe die einfach gekauft habe die herstellen lassen und habe die dann irgendwann da rumliegen gehabt so und dann stehe ich da ohne geld ohne die möglichkeit meinen strom zurück zu bekommen was mache ich dann und dann ist mir die idee gekommen ja arbeiten wie gesagt hast ja manchmal manchmal läuft das leben einfach scheiße aber wenn du geld haben willst ist arbeiten erstmal schon mal so eine option ich weiß reiner aus deinen aussagen weiß ich arbeiten ist keine option hätte sie aber sein sollen kommen hey ich habe 250 poster ich könnte die doch eigentlich für 25 für 20 25 euro verkaufen die drachen box nicht zu vergessen die drachen überraschungs box kennt eine noch die drachen überraschungs box der ein oder andere wird sie noch kennen ich habe sie auch schon öfter mal erwähnt die drachen überraschungs box ich weiß gar nicht was der hat die gekostet 10 euro ich bin mir nicht mehr sicher wie viel die wie viel er dafür haben wollte prinzipiell hat aber jeder von uns ich glaube jeder von uns hat diese eine schublade in seiner in seiner wohnung wo du sämtlichen kram reinschmeißt wo du auch immer drin umher wühlst und versuchst wenn du was suchst aber wo sowas drin ist wie tackernadeln irgendwelche feuerzeuge irgendwelche kugelschreiber so werbe kugelschreiber die die nur manchmal funktionieren ähm sowas ne hier so wie heißt das hier büroklammern so ein quatsch ne so wo du allmöglichen scheiß drin hast ähm und diese überraschungs box war quasi eine box wo denn wo reiner quasi prinzipiell immer so eine hand quasi aus dieser schublade genommen hat und das in diese box geschmissen hat das war die drachen überraschungs box die geht immer sehr gerne unter man vergisst sie immer sehr gerne aber die gab es tatsächlich und dann und es sind ja immer wieder hater gekommen und dann habe ich ne die kam ja zu dem zeitpunkt noch gar nicht reine die kam erst als du zum posterverkauf aufgerufen hast ihr kriegt von mir für 25 euro ein poster und für 5 euro ein foto wenn ihr das wollt dann können wir das machen einzige bedingung ist ihr baut keine scheiße verhaltet euch vernünftig und verpisst euch danach so war das nicht okay machen wir kommst runter haben die drei du hast die leute eingeladen dann hast du hier in müller gerufen als du keine poster mehr hattest oder als das finanzamt an der tür klopfte ähm und dann hast du Herrn Müller gerufen und der hat gesagt du kannst hier nicht die Leute einladen und jetzt hier uns hier rufen ne mach ich nicht du Kasper poster genommen für A25 euro und zwei Fotos für A5 euro so das war für mich die Lösung aus dieser Scheiße das war für mich die Scheiße aus der ich nicht rausgekommen bin und damit konnte ich mir den Arsch retten ein paar Wochen zuvor oder auch nur eine Woche zuvor ich weiß nicht mehr genau das ist schon zu lange her habe ich auf TikTok einen Hilferuf abgesetzt ne nicht auf TikTok auf Twitter TikTok gab es da glaube ich noch gar nicht habe ich damals einen Hilferuf abgesetzt und dieser Hilferuf galt allen anderen YouTubern es galt Alblali es galt Unge und vielen anderen ich weiß gar nicht wem alles und ich habe damals eine Nachricht eine einzige verfasst die ich an 5, 6 verschiedene Leute geschickt ja ich kann es dir sagen diese Nachrichten gingen raus an Hand of Blood an Gronk an German Let's Play an Paluten an Apple War Pictures ähm an Ravenside an Gronk wie gesagt und an Barbie Reller und diese Nachricht hieß hi kannst du mich eventuell kurz in der PN anschreiben Gruß Rainer aka Drache und Drache falsch geschrieben mit Doppel A und Gronk hat darauf geantwortet ähm klar ich schreibe immer gerne an Werbespammer sorry aber verarschen kann ich mich selbst schade weil ich Hilfe brauchte weil ich am Ende war weil ich der Mensch war der am Arsch war und was habe ich von Gronk zurückbekommen Gronk antwortet auf solche Sachen normalerweise nicht auf mich hat er reagiert und was war die Antwort ich hätte dir wirklich gerne geholfen aber jemand der so rumspamt dem kann ich nicht helfen na Rainer du hast schon echt gespamt du hast wirklich deinen Copy and Paste Text wirklich an irgendwie alle großen YouTuber geschickt die dir eingefallen sind dass ich in dem Moment total verzweifelt war weil ich einfach von heute auf morgen stand ich ohne Strom da ohne Strom ohne Internet ohne die Möglichkeit irgendwas zu machen also habe ich über das Handy einen Funkruf abgesetzt wo ich versucht habe Hilfe zu bekommen und der Mensch von dem ich eigentlich gedacht habe das einen großen Satz hat war der Einzige der darauf reagiert hat und der hat im Prinzip darauf reagiert naja wenn du sowas machst selber schuld leck mich am Arsch ja richtige Entscheidung an dieser Stelle von Gronk gewesen grob übersetzt so habe ich das empfunden so und und da war der erste Stachel für Rainer man darf nicht vergessen diese YouTuber die er angeschrieben hat zu dem Zeitpunkt man darf nicht vergessen Rainer ist auch wirklich schon ähm also pass auf Rainer ist Vater hat Metal oft gesagt ja und dann ist Rainer sofort ins Internet gegangen und wenn er sich nicht den kleinen Maulwurf wund geschrubbt hat auf irgendwelchen Seiten dann hat er YouTube geguckt und zu dem Zeitpunkt schon waren das die ganz großen YouTuber in Deutschland und gerade Onkel Gronk ne den Gronk sein Erich der war irgendwie so eine ganz große Ikone ne zu dem Zeitpunkt glaube ich Unge auch schon und ich glaube auch durch Gronk seine Stimme und so weiter ähm hat Rainer so ein bisschen diese Vaterfigur in Gronk gesehen und hat sich glaube ich ganz 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 viel von ihm angeguckt und ihn wirklich trotzdem auch wenn er es jetzt anders behauptet als ganz ganz großes Vorbild genommen dazu nicht genug danach kam ihn dann nachher nachdem ich dann angefangen habe meinen Strom wieder zu bekommen und so Stück für Stück mich wieder aufzubauen aus eigener Kraft aus eigener Kraft hab ich Bullshit nix aus eigener Kraft du hast einen scheiß prepayzähler bekommen von Energy du hast jetzt nicht irgendwie abbezahlt oder so du hast einen scheiß prepayzähler bekommen ich wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht mal dass es sowas gibt mich wieder aus der Scheiße gezogen wie ich es immer gemacht habe und dann kam Gronk und hat angefangen in seinen Videos in der Zeit wo ich nicht online war dann sich über den Posterverkauf lustig zu machen obwohl er überhaupt keine Ahnung hatte worüber warum ich den Posterverkauf gemacht habe ja Rainer weil es super dumm war war eine super dumme Aktion ich habe den gemacht um mich aus der Scheiße rauszuziehen ach bevor ich es vergesse hier Rainer hat das Shirt gewechselt hier die Shirt ist wieder bei 1 ist auch ein bisschen komisch muss ich sagen in meinem letzten Video habe ich die Shirt erst durch eingeführt da waren wir bei 7 und schwupps am nächsten Tag hat Rainer ein neues Shirt an woraus er mir nicht helfen wollte weil er der Meinung war dass ich einer bin der rumspamt obwohl ich mein Leben lang niemanden zugespamt habe ich habe 4-5 Leute die verschiedenen Leuten die Nachricht geschickt und habe denen auf die Art und Weise versucht einen Hilferuf abzusetzen und das hat sich für niemand dafür interessiert da war ich ein paar mehr als 4-5 Leute und ich stand am Ende alleine da so wie ich es mein Leben lang getan habe ja Rainer weil du einfach dich sehr asozial verhält jedem gegenüber und so ging es dann ein paar Monate weiter es kam dann immer wieder mal was dann hat er mit Tobinator LP einen Let's Play gemacht von von der Forest war das damals und dann hat er sich darüber lustig gemacht dass ich damals mich auf ph auf poppen.de auf pornhap.de auf der Webseite habe ich mich damals versucht irgendwie ja hey du hast dich auf allen Schmuddelseiten angemeldet aber was du ja so getrieben hast ist halt die Problematik aus der Scheiße weiter rauszuziehen indem ich damit auch Geld verdiene weil die Hater sich darüber lustig gemacht haben und mich mich interessiert das nicht das sollte dich aber interessieren Ringe erstmal ist das nicht schön erstmal hast du davon nicht damit nicht einen Pfennig verdient ähm zweitens musste ich dadurch das kleine Masturbatorium machen was Leute bis heute noch schädigt und ähm ne Rainer das hat jetzt echt nicht irgendwie zu deiner Glaubwürdigkeit oder dass du irgendwie seriös wärst oder äh ein guter Influencer ähm dazu beigetragen im Gegenteil so das ist auch eine Sache die dich auf ewig verbrannt hat für dieses äh Influencer Ding für mich für mich ist das ein normaler Beruf naja ist das ein Beruf also nicht in dem Sinne wie du es gemacht hast das ist auch kein Beruf ähm Sachen auf PH hochzuladen das ist so wie Sachen auf YouTube hochladen das ist mehr ein Hobby gut er kommt ein bisschen mit meiner Situation in Konflikt was ich als Influencer darstellen will aber trotzdem ist das für mich ein normaler Beruf was willst du denn darstellen das ist immer die Frage die dich stellt und es hat einfach nur den Sinn gehabt dass ich mich aus der Scheiße ziehe aus der Scheiße aus der mir keiner raushelfen will habe ich mich alleine raus die PH Staffel kam natürlich viel viel später ne also da war die Stromlust Staffel schon lange vergessen ziehen wollen Dankeschön und dann kam die PH Staffel 19 20 irgendwie so in dem Dreh auch das hat dazu beigetragen bis es dann letzten Endes von Hatern wieder mal manipuliert und letzten Endes gemacht wurde und trotzdem zu dem Zeitpunkt hatte ich dann auch kein Merchandise mehr ich konnte dann auch mal auf ein Merchandise nicht mehr zugreifen das war dann auch etwa zu der Zeit wo ich angefangen habe Musik zu machen und über die Musik hat sich auch kaum einer bis bis niemand positiv geäußert ja da gab es ja auch nichts Positives zu sagen drüber das einzige Video das einzige der einzige Song der positiv weggekommen ist von meiner Musik das war der Song von Skörske ja der ist ja auch immer noch ein Erfolg den du dir immer noch gerne auf die Fahne schreibst aber Skörske war auch scheiße und die ganzen Songs und die ganzen Sachen die ich gemacht habe kamen das hat kein Song interessiert zu der Zeit hat auch Alp Lali mich damals herausgefordert zu der Rose Yourself Challenge ich habe damals gesagt ich kann nicht singen dadurch ist Ankündigungslord entstanden kann ich ja auch nicht und derzeit kam dann eben jemand auf mich zu und mehrere Leute und dann haben wir angefangen dann zusammen die Musik zu machen und dann habe ich das erste den ersten Song den ich je herausgebracht habe Ankündigungslord das war ein Rose Yourself Song ja und wie jeder andere Song danach auch war das auch ein Rose Yourself Song man diese Magia die da mit dir die Mucke gemacht haben die haben dich auch verarscht in jedem Video hast du dich oder in jedem Song hast du dich selber hops genommen denn ich als solches machen wollte dann habe ich einen richtigen Song draus gemacht den ich hochgeladen habe und so habe ich dann angefangen Musik zu machen und habe mich weiter aus der Scheiße rausgezogen zu dem Zeitpunkt hatte ich dann ein paar Leute die mir geholfen haben und trotzdem wurde immer noch nachgetreten von Seiten verschiedener YouTuber das war dann auch die Zeit als dann angefangen hat Alblali angefangen hat Videos über mich zu machen oder Videos zu machen ne das war schon früher also Alblali hat schon Videos über dich früher über dich gemacht aber auch nur weil Ansagen quasi von dir kam danke dafür Alblali auch in denen der sich über mich lustig macht und dann waren es plötzlich nicht nur nicht nur Grong sondern auch plötzlich Alblali die nachgetreten haben ich rede jetzt mal gar nicht von den ganzen Videos von Tanzverbot und Ex- du kannst doch nicht erwarten dass du sagst hier Onkel Gronk Alblali ich erwarte Antworten hier sind meine dümmlichen Fragen warum helft ihr mir nicht bla 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 dass denn zum Beispiel ein Alblali sagt pass mal auf hier Mange was willst du von mir ne komm mach den Schuh hier mach den Fisch du fickst mich weg mit dir 95 und Gurkenstone wie sie alle heißen die man komplett außen vor gelassen ich rede wirklich von den ursprünglichen Urkernen von von YouTube das waren ja so Leute wie Alblali Gronk Term Let's Play äh so diese ganze Gamer Community allgemein Community und all dieser Schwachsinn ja Rainer aber du hast dir auch immer wieder von der Seite doof angepöbelt warum die nix mit dir machen wollen und das hätte ja jedem anderen offensichtlich gewesen warum die nix mit dir machen wollen aber stattdessen wurde wenn über mich geredet wurde wohlgemerkt immer über mich nicht mit mir habe ich von allen Seiten breite fette Schellen bekommen richtig so da gab es dann diesen Eiterbeule der mich dann auch schön noch nachgetreten hat dann gab es noch es gab so viele die einer nach anderen nachgetreten haben und dann dachte ich mir dann gab es auch mal diesen Herrn Bergmann der hat auch mal nachgetreten dann denke ich mir so weißt du und dann sage ich immer ich habe immer wieder gesagt immer wieder hört auf über mich zu reden wenn ihr mich nicht mögt okay ist doch in Ordnung aber lasst dieses über mich gerede ja Rainer du hast immer wieder Ansagen gemacht an diese Leute das ist doch ein Kreislauf das ist doch so wie quasi du und die Hades du bist der Auslöser und wunderst dich nachher du bist die Krankheit und wundest dich nachher über die Symptome das mag ich nicht und ich mache das doch auch nicht ich rede aber über die Leute dann immer dann wenn die Leute anfangen mich zu attackieren ist das schon mal aufgefallen nee das war genau an der es rumrenne ich habe keine negativen Sachen über Gronk Alblali oder sonst jemanden gemacht bis die angefangen haben auf mich loszugehen Mann Macke du hast Ansagen gemacht an die erst dann kamen die ganzen negativen Dinge raus aber das ist alles immer die Reaktion immer das was die Leute in den Wald hinein schreien schaltet es wieder zurück ich bin da nicht stolz drauf was ich mich so verhalte aber es ist trotzdem einfach eine Reaktion mit der man rechnen muss das ist schon richtig aber du verstehst oder möchtest es uns gerade genau andersrum hinstellen aber du warst in den Wald geschrien und dann heißt es aber ich bin der der provoziert ja definitiv habt ihr euch das über die Jahre hinweg mal angeschaut wer wirklich provoziert ja habe ich Reine habe ich sehr viel Lebenszeit mit dir verbracht hier quasi ich bin nicht stolz drauf was ich mache oder wie ich es mache aber Tatsache ist dass ich immer nur reagiere wenn auch scheiße auf das was andere mit mir abziehen das gleiche war damals mit Gronkh und mit Alblali der Fall das gleiche war mit Unge der Fall das gleiche war mit Tanzbrot und Excel 95 der Fall nein gerade bei Excel ich habe ja mal mit Excel zusammen gestreamt das ist da ist das sehr sehr gut dokumentiert quasi das und auch von Excel quasi dass Excel als er noch ein ganz ganz kleiner YouTuber war bei dir angefragt hat und du hast ihn quasi so richtig hart angemotzt weil er einfach nur mal mit dir ein Interview haben wollte und als Excel dann groß und bekannt war da wolltest du dann was mit ihm machen und dann hat er gesagt nee Magia kannst du dich nicht erinnern ich habe auch mal bei dir gefragt und jetzt wo ich reich war der möchte dich gerne an mir hochziehen und Rainer hat dann gesagt okay du bist ein Hader und hat dann über Excel hergezogen ich habe immer nur reagiert mein Verhalten war nicht gut definitiv nicht aber ich versuche immer weiter da raus zu kommen ich habe jetzt über Gronkh zum Beispiel schon ewig nichts mehr gesagt und gemacht warum auch das Thema war für mich vom Tisch auch wenn es auch wenn das jemand auch wenn diese ganze Scheiße von ihm ausgegangen ist war die für mich vom Tisch ich habe die vom Tisch geschaffen ich habe die ich habe die ich habe die weggewischt aber jetzt hat er wieder angefangen über mich ein Ding zu machen warum warum Rainer du weißt doch warum wegen deiner scheiß Snusno Kommune und weil WBS darüber ein Video gemacht hat und Gronkh hat da sehr sehr objektiv drauf gesehen hat er etwa zu wenig Zuschauer hat er etwa zu wenig Aufrufe komm schon komm schon er möchte dir jetzt gerne Mann ey Gronkh hat irgendwie 25.000 Zuschauer in seinen Streams der will sich nicht an dir hochziehen in welcher Fantasiewelt lebst du denn Rainer du hast hier jetzt gerade 535 du hast immer noch weniger Zuschauer als ich gestern hatte und wir haben so ziemlich zum gleichen Zeitpunkt gestreamt der will sich nicht an dir hochziehen 21.000 glaube ich nicht was du gerade gerne möchtest ist dass Gronkh wieder auf dich reagiert und vielleicht ein paar Leute zu dir gespült werden oder es ist ihm zu wenig geworden das kann auch sein ich erinnere mich an Zeiten da hat er ja 53.000 58.000 Zuschauer pro Stream vielleicht ist es ihm mittlerweile zu wenig weiß ich nicht auf jeden Fall ich glaube Gronkh ist schon ganz zufrieden mit seinem Leben und mit seinen Streams im Fall ist es definitiv daneben und jetzt hat er in seinem neuesten Livestream auch wieder irgendwie heute reagiert da hat er irgendwas erzählt von er hätte eine neutrale wie hat er das gebracht ich schau es nochmal kurz an ich habe gehört jemand war nicht so glücklich mit jemand war nicht so glücklich mit meinem React oh euer Unbesiegt auf Platz 1 hier auf Trovo herzlichen Glückwunsch habe ich gehört also er hat es erstmal als Reacting gestellt und dass ich nicht so glücklich darüber war er hat es nicht als Reacting gestellt es war eine Reaction war eindeutig eine Reaction ich bin darüber nicht glücklich gewesen sondern ich bin darüber entsetzt gewesen nur mal um das festzuhalten warum denn ich habe es halt objektiv bewertet ich weiß nicht beleidigend oder sonst irgendwas beleidigend beleidigend ist immer eine Frage das beleidigend ist immer eine Frage des Blickwinkels das ist schon mal das erste und neutral eine Kommune die mit Spiritualität Freikörperkultur und freier Liebe nicht Sex zu tun hat als eine Gangbang Kommune hinzustellen das sind seine Worte gewesen sorry aber das ist nicht neutral mein lieber Gronkh ich glaube Gronkh hatte schon sehr sehr neutral Reaction hätte ich so niemals gekonnt du hast dich null informiert und dann kommst du daher und erzählst dich von einer Gangbang Kommune obwohl es über das Thema überhaupt nicht ging es ging fast nur um das Thema Rainer zum Anfang und ja du hast dich auch null informiert über eine Kommune du hast halt einfach nur deine dämlichen Wichs Fantasien aufgeschrieben das Thema freie Liebe hat nicht immer gleich was mit Sex zu tun kapiert ihr das nicht oder ist euch das heutzutage einfach deswegen sage ich das Thema Liebe ist heutzutage etwas was einfach viele nicht mehr verstehen Liebe und Sex ist nicht das gleiche aber das ist einfach für mich traurig ich glaube Liebe und Sex gehören aber trotzdem zusammen so im großen Ganzen das ist für mich eine extrem traurige Aktion und traurige Geschichte und ich kann darüber echt nur heulen eigentlich mach doch mach das bitte im Stream ich möchte es sehen ich werde nie verstehen wie man so ein Verhalten an den Tag legen kann du das verstehe ich auch nicht wie man so ein Verhalten an den Tag legen kann jeden Tag wundere ich mich mit was hat freie Liebe denn noch zu tun Liebe Liebe nicht Sex Sex ist etwas körperliches Liebe ist etwas emotionales das ist nicht mal ansatzweise das gleiche das sind zwei komplett verschiedene Dinge beides kann man verbinden aber man muss mit niemandem schlafen um jemanden zu lieben auf eine partnerschaftlichen romantischen Liebe auf dieser Ebene schon ich möchte schon mit meinem Partner es nur so machen wenn ich den liebe darüber solltet ihr mal nachdenken das meine ich ernst ihr solltet darüber wirklich mal nachdenken weil wenn man mit jemandem ins Bett geht und mit jemandem schläft okay das nennt man Sex wenn man aber jemanden emotional liebt wenn einem es weh tut wenn diese Person leidet wenn man die Person beschützen möchte vor allem anderen wenn man die Person unterstützen möchte auch wenn man davon gar nichts hat das nennt man Liebe ja irgendwie schon aber natürlich kann ich jemanden irgendwie ficken und hab für den keine Gefühle aber wenn ich jemanden liebe möchte ich wie gesagt auch Sex mit ihm haben und ja was du sagst ist richtig so das ist eben wenn du wenn du dich um diese Person kümmerst und das ist dir auch prinzipiell egal vielleicht nicht egal aber wenn du wenn du vielleicht einfach Sachen tust die diese Person gut tun und wenn du auch manchmal vielleicht nichts irgendwie zurückkriegst dann dann ist das schon Liebe Reiner das Ding ist aber du hast das ja noch von von niemandem und für niemanden irgendwie gehabt Reiner ich glaube du kennst nur oder kennst das nur aus irgendwelchen Videos was Liebe wirklich ist selber hast du es aber noch nie erlebt glaube ich natürlich hast du es nicht woher auch aber Reiner ich bin der Meinung du bist einfach der falsche Mensch über Sex und Liebe zu erzählen weil du hast beides so gut wie nicht gehabt in deinem Leben nicht mal von deinen Eltern nicht mal so diese diese familiäre Liebe oder diese freundschaftliche Liebe hast du halt einfach niemals gehabt und erst recht nicht mit einem Partner aber heutzutage bedeutet das nichts mehr und es ist einfach immer so das gleiche es wird immer so auf irgendwas hinaus ihr hört irgendwas und dann fängt es bei euch im Kopf an zu rattern aber weil ihr Liebe nicht mit weil ihr Liebe nicht mehr anders versteht ist Liebe automatisch Sex nee das stimmt nicht das stimmt überhaupt nicht Reiner Liebe ist ganz ganz viel mehr als Sex aber Sex gehört zu einer richtigen also wie gesagt zu einer partnerschaftlichen Liebe einfach dazu meiner Meinung nach man kann es anders sehen ich erzähle hier nur meine Meinung das ist auch bei Grund der Fall anscheinend wenn ich sowas höre wie freie Liebe dann denke ich an etwas Emotionales dann denke ich nicht daran oh mit wie vielen Leuten kann man jetzt in die Kiste springen sondern denke ich an etwas wie doch genau das ist es doch Reiner so wie gesagt dieses ich teile meine Liebe auf und ich kann damit umgehen wenn auch mein Partner mit einer anderen Person da irgendwo vielleicht heute Nacht im Bett schläft und Sachen macht und mit der kuschelt das in meinen Augen funktioniert das nicht man kann Liebe nicht teilen ich kann meine Liebe nur für eine Person haben ich kann die nicht für zwei oder drei oder fünf aufteilen ich kann mit zwei oder drei oder fünf Leuten Sex haben na klar so aber wenn ich eine Person habe die ich liebe dann möchte ich prinzipiell auch nur noch mit der Sex haben und ich möchte keine andere Person lieben ich möchte auch nicht dass mein Partner in dem Moment einen anderen liebt und ich nur so 50% davon bin und ich möchte nicht dass mein Partner mit einem anderen in die Kiste springt ich möchte ne also wie gesagt ich kann dieses Konzept überhaupt nicht nachvollziehen ich hatte ja auch Leute in meinen Kommentaren die gesagt haben ich lebe halt irgendwie auch so ich habe irgendwie zwei Frauen alles gut wenn es für dich passt wie gesagt ich kann es mir für mein Leben für meine Gefühlslage für meine Gefühle die ich kenne überhaupt nicht vorstellen und ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen eine emotionale Nähe eine emotionale Bindung eine soziale inter intersoziale Interaktion einfach mich sich mit mehreren Menschen zu umgeben ja das kann ich freundlich was er hat nie Gangbang gekommen doch hat er er hat gesagt ja naja Gangbang Kommune hat er mehrfach erwähnt hat er mehrfach gesagt ich habe den Stream gesehen ich war hier im Live habe den live angeschaut wenn ich an normale Liebe denke denke ich auch an emotionale nähe freie Liebe ist nichts anderes ja Rainer aber warum denn Rainer du hast niemals eine monogame Beziehung richtig geführt warum willst du denn unbedingt ja es ist uns klar warum du das willst weil du mehr Chancen erhoffst aber bis man an diesem Punkt irgendwann in seinem Leben vielleicht ist dass man denkt okay das ist der richtige Weg für mich sollte man doch zumindest ein oder zwei oder drei richtige echte Beziehung monogam geführt haben das hast du ja nicht Leute es heißt ja nicht freier Sex sondern es heißt freie Liebe naja wenn wir mal zurück auf das Thema deine Kommune kommen dann wolltest du schon freien Sex alle dürfen es so machen Liebe hat nichts nichts mit Sex zu tun man drückt diese auch körperlich aus aber das ist nicht dasselbe was glaubt ihr warum wir für Liebe und für Sex zwei Worte haben ich habe in meiner Kommune ja erwähnt dass es auch um Polyamori geht ne ja und warum das überhaupt ein Thema sein musste das verstehe ich bis heute nicht um die ohren weh ich habe erwähnt dass es um Polyamori geht dass sie die ohren weh tun liegt daran dass du so ein scheiß drecks billiges headset hast nicht um Monogamie dabei geht es vor allem um die emotionale Nähe es ist nicht immer alles gleich reinstecken fertig du meinst wenn man seine Freiheit einbüßt wenn man sich verliebt nein wahre Liebe ist keine Bindung doch zumindest keine Bindung in diesem Sinne nicht nach dem was ich davon halte wahre Liebe bedeutet Freiheit weil du hast einen Menschen zu dem du immer zurückkehren kannst und dieser Mensch ist immer für dich da egal was für eine Scheiße in deinem Leben passiert oder was für eine Scheiße in deinem Leben gerade abgeht das ist Liebe du weißt doch gar nicht was wahre Liebe ist du weißt es doch gar nicht hey du bist halt ein Scheiß Vollidiot in allem was du tust und auch in diesem Thema erzählst du wieder Scheiße natürlich gibt man ein bisschen Freiheit auf wenn man in eine Beziehung geht nicht wenn man sich verliebt und verwechsel hier nicht ich bin verliebt weil das hattest du vielleicht schon mit richtiger Liebe Liebe wächst und Liebe wächst zwischen ich gehe mal davon aus zwei Personen wie gesagt ich bin verliebt ist nicht das gleiche wie ich liebe jemanden solange dich jemand unterstützt und das muss nicht mal ein Mensch sein das muss weder ein Mann noch eine Frau sein das muss kein Mensch sein mit dem ihr sexuellen Kontakt habt das kann auch einfach nur ein Mensch sein mit dem ihr befreundet seid ja da reden wir aber von einer anderen Art von Liebe ich habe auch Freunde die ich liebe das sind aber Freunde das mag sein ich glaube nicht dass du sie hast aber das mag sein und aber das ist eine ganz andere Art von Liebe von der wir hier reden natürlich habe ich Freunde die ich liebe aber die liebe ich auf eine ganz andere Art als meinen Partner das sind keine Partner also keine Lebensgefährten das sind Freunde das sind Menschen die ich trotz allem liebe egal was für eine Scheiße sie gebaut haben und genau weil ich so empfinde tut mir das immer umso mehr weh wenn ich jemanden verliere weil ich mich grundsätzlich emotional auf jemanden viel viel stärker einschieße als die meisten Menschen wenn ich zu jemandem sage dass ich ihn liebe dann meine ich das auch so nein das tust du nicht du hast Leuten gesagt dass du sie liebst obwohl du sie noch nie im realen Leben getroffen hast ja Rainer ich glaube du bist gerade an dem Punkt wo du das erste Mal und wenn es durch diese Gronkh Thematik ist weil du wirklich so viel in ihm gesehen hast über so viele Jahre hinweg und er dir jetzt wirklich endlich mal so richtig von Koffer geschissen hat in deinen Augen mit dieser Reaction ich glaube du hast gerade sowas ähnliches wie Liebeskummer und ich glaube das hast du zum allerersten Mal ich sage das nicht um jemanden ins Bett zu kriegen wie es heutzutage viele machen und ich sage das auch nicht einfach so dahin für mich muss ich dir recht geben ich sage das auch nicht dahin ich meine du sagst es dahin aber ich sage das auch nicht dahin so wenn ich jemandem sage dass ich ihn liebe dann mache ich das weil ich das in dem Moment fühle wenn ich benutze ich finde das abscheulich dass man ich liebe dich sagt als Verabschiedung so das ist überhaupt nicht das finde ich überhaupt nicht gut ich finde diese Worte ich liebe dich sollen immer was besonderes bleiben so ja es ist eine ganz andere Situation aber das ist einfach etwas was viele einfach nicht nachvollziehen können oder nicht nachvollziehen wollen es ist traurig dass so viele Menschen nichts mit dem Begriff Liebe anfangen können das finde ich auch weil das ist das was uns in dieser Welt verloren gegangen ist habe ich das Gefühl deswegen will ich so eine Kommune gründen in der man dann frei sein kann in der man auch seine Liebe ausdrücken kann und auch so leben kann das kann ich prinzipiell auch ohne eine Kommune aber es tut mir leid dass ich dir so oft recht geben muss weil ich gebe dir echt nicht gerne recht aber wir sind in einem in einem Zeitalter in einer Generation wo man lieber wegwirft wo man lieber wegwirft als zu reparieren so ihr kennt alle wahrscheinlich dieses dieses Bild aus irgendwelchen aus irgendwelchen Plattformen so ne wo du diesen diesen Opa und diese Oma quasi auf der Bank sitzen siehst so und dann weil die schon ihr Leben lang zusammen sind das wird es in einem wenn ich alt bin wird es das wahrscheinlich nicht mehr geben weil wir einfach in einer Wegwerfgeneration leben weil Leute lieber Sachen wegwerfen als sie zu reparieren und das geht nicht immer darum mit jemandem in die Kiste zu springen und wenn es wenn der andere dich nicht zurückliebt Leute du verstehst das Wort Liebe nicht oder doch doch genau wenn ich also dieses Ding Liebe passiert ja nur also jetzt ich gehe mal wieder vom partnerschaftlichen aus das wächst wie gesagt so und ich gehe davon aus und ich erwarte von meinem Partner dass er mich liebt wenn ich ihn liebe verliebt sein ist was anderes ich kann an jemanden verliebt sein der hat überhaupt kein Interesse an mir aber wenn ich an dem Punkt bin wo ich sage ich liebe dich dann erwarte ich von meinem Partner auch dass er es tut und wenn das nicht nicht irgendwo auf einer Ebene ist so ungefähr wie sehr diese Liebe ist dann wird es nicht funktionieren greifst das nicht Leute Liebe ist bedingungslos Nein Liebe ist bedingungslos Nein überhaupt nicht Liebe ist überhaupt nicht bedingungslos Liebe ist jeden Tag an Bedingungen geknüpft wenn du dein Leben mit jemandem verbringen möchtest jeden Tag ist Liebe an Bedingungen geknüpft man liebt jemanden nicht aus der Bedingung heraus dass jemand anderes ihn zurückliebt das begreift ihr nicht oder ich glaube ihr versteht das nicht oder viele von euch verstehen das nicht Liebe hat nichts damit zu tun dass ich jemanden liebe und die Person gezwungen ist mich zu lieben die ist nicht gezwungen aber wenn wenn du von Liebe sprichst und nicht von verliebt sein und nicht von freundschaftlicher Liebe dann sollte es so sein dass dein Partner dich liebt meine Meinung nach wenn ich jemanden liebe erwarte ich nicht dass die Person mich liebt das habe ich auch gar nicht nötig ich bin ich habe nicht die Notwendigkeit dass jemand anderes mich liebt wenn ich jemanden liebe dann ist das mein Bier deswegen sage ich ihr versteht nicht was Liebe ist weil bist du wirklich so bist du wirklich der Meinung dass wenn du jemanden liebst muss die Person dich lieben dann ist deine Liebe an Bedingungen geknüpft ja wie gesagt ist sie immer das ist doch Schwachsinn Thema Kronkh habe ich schon abgehakt mittlerweile ich knüpfe meine Liebe nicht an Bedingungen ich sage nicht oh ich liebe dich du musst mich jetzt auch lieben ich knüpfe auch nicht meine Liebe an Bedingungen indem ich sage wenn du jetzt das und das nicht machst dann liebe ich dich nicht mehr wenn ich jemanden liebe dann mit all seinen Fehlern all mit seinen Stärken auch all seinen Schwächen richtig und deswegen ist es halt so ein Kompromiss Ding deswegen ist Liebe halt auch irgendwo Kampf weil du mit den Fehlern des Anderen leben musst und manchmal ist es halt auch nicht so einfach mit den Fehlern des Anderen zu leben und deswegen muss man da irgendwo immer den Mittelweg finden Liebe ist an Bedingungen geknüpft für mich ich für meinen Teil empfinde das so dass eine Bedingung ist okay dass mein Partner mich zurückliebt wenn ich ihn liebe ich empfinde das so dass mein Partner ehrlich zu mir ist wenn ich ihn liebe ich empfinde das so dass mein Partner nicht mit einem anderen irgendwie ins Bett hüpft oder mit einer anderen das das erwarte ich natürlich ist das nicht bedingungslos und aber mir würde das prinzipiell ja auch niemals einfallen das mit einem anderen zu tun oder mit einer anderen und deswegen macht euch da keinen Kopf drüber wisst ihr was das schlimmste an der Sache ist ich finde es unglaublich traurig wenn Leute ihre Liebe in Bedingungen knüpfen das ist so meiner Meinung nach das schlimmste was man einem anderen Menschen antun kann es ist auch etwas was viel schwer das ist nicht das schlimmste was man einem anderen Menschen antun kann bei Weiben nicht wiegender ist als zum Beispiel jede körperliche Wunde die du jemandem hinzufügen kannst ja ganz ehrlich ich habe schon viele Knochenbrüche gehabt ich habe schon viele Schnitte gehabt ich habe Nadeln durch meinen ganzen Körper von oben bis unten gejagt mein Körper ist von oben bis unten tätowiert also wirklich auch an Stellen wo es richtig scheiße wehtut die schlimmsten Schmerzen die ich in meinem Leben hatte waren die wenn mir das Herz gebrochen wurde tatsächlich sage ich ihr solltet euch wirklich mal den Blog anschauen wenn euch das Thema wirklich interessiert was ich dazu zu sagen habe ich weiß dass viele von euch das wahrscheinlich nicht richtig nachvollziehen können aber wirklich jemanden ich habe manchmal wirklich das Gefühl dass die Mehrheit der Menschen mittlerweile nicht mehr wirklich liebt weil ich das manchmal so sehe was manche Menschen so erzählen oder wie sich manche Menschen verhalten boah da läuft es mir halt den Rücken runter ich sehe beispielsweise Menschen die sagen ja wenn sich jemand in mich verliebt dann muss ich diese Person ja nicht lieben das ist richtig das stimmt wie gesagt das ist ein Unterschied zwischen verliebt sein und Liebe aber dann der anderen Person machen sie dann irgendwelche Vorschriften so ja du musst dies und das machen aber du liebst mich ja du musst es ja beweisen Liebe muss man nicht beweisen doch Liebe beweist man jeden Tag wenn du einen Partner hast beweist du dem jeden Tag dass du ihn liebst wenn du eine Partnerin hast oder kümmern wir das typische ich rede mal als hier als Macke quasi aus der aus meiner Richtung aus der Perspektive Liebe ist das dass du jeden Tag versuchst sie auf neue zu erobern und Liebe äußert sich nicht immer nur dass man es nur sagt Liebe ist du machst ihren Kaffee bevor sie aufsteht wenn sie gerne Kaffee trinkt zum Frühstück Liebe ist dass du manchmal auch einfach sagst ich vermisse dich jetzt schon wenn du mit ihr irgendwo stehst und weißt du wirst sie jetzt die nächsten Stunden nicht sehen Liebe ist dass du sagst fahr bitte vorsichtig das sind so kleine Dinge die jeden Tag passieren sollten Liebe ist so dass du sagst schlaf gut und träum was schönes und dass du wenn du Glück hast morgens neben mir aufwachst und sagst hey wie hast du geschlafen und hast du was schönes geträumt Liebe ist nicht immer unbedingt so dieses ganz ganz große sind so diese kleinen Dinge dass du anrufst wenn du sagst ey oder dass du bescheid sagst ey ich komm irgendwie fünf Minuten später mach dir keine Sorgen mir passiert nichts ich komm fünf Minuten später Liebe ist liebe ist dass du sagst ey wenn du zu Hause ankommst sag mir bitte bescheid liebe sind so ganz ganz viele kleine sachen und damit beweist man das man sollte jeden tag seine Liebe aus neu beweisen liebt jemanden oder man tut es nicht wenn man jemanden liebt muss man aus seinen freien Willen nicht aufgeben ne muss man doch einen liebt dann macht die Person das weil sie es möchte aber wenn sie es macht weil sie es muss weil sonst die Liebe nicht erbietet wird das ist in meinen Augen Cringe das ist in meinen Augen Cringe und das ist noch viel schlimmer als Cringe das ist richtig asozial und dann einen anderen Menschen als jemanden hinzustellen der er nicht ist und das was Gronk bei mir gemacht hat um nochmal auf das Thema zum Schluss zurück zu kommen bevor wir jetzt in die Metsche übergehen das was Gronk mit mir abgezogen hat die Sachen die er über mich ich finde es sehr bezeichnend dass er von Thema Liebe wieder auf Gronk kommt ja und manchmal ist es so manchmal um das Thema jetzt auch mal hier für uns quasi abzuschließen manchmal liebst du jemanden manchmal liebst du jemanden und der liebt dich nicht zurück und egal was du machst du kannst geben und geben und geben und du wirst nichts zurück bekommen und du wirst es trotzdem zumindest eine Zeit lang weiter tun einfach weil du vielleicht Hoffnung hast oder weil es dich antreibt oder so oder weil du es vielleicht trotzdem weiter beweisen willst manchmal hat das aber auch wahrscheinlich keinen Sinn höchstwahrscheinlich keinen Sinn weil wer bei dir sein will der wird bei dir sein und das ist auch für mich manchmal sehr schwer mir das selber einzugestehen Liebe ist halt wirklich echt ein schwieriges Thema um darüber zu reden und ich wollte das ganze hier ich habe dieses Video gestern geschnitten und ich habe mir gedacht okay machst du das jetzt morgens oder machst du das in einem Livestream und ich habe heute auch mit jemand darüber geredet mit jemand den ihr kennt und habe mir gesagt aber habe geredet und ich wollte das letztendlich hier nicht in einem Livestream behandeln damit ich das einfach abbrechen kann wenn es mir zu doll wird bis jetzt bin ich da glaube ich ganz gut durchgekommen aber ja es ist wirklich ein schwieriges Thema auch für mich erzählt hat die Sachen über die er sich bei mir lustig gemacht hat ohne die Hintergründe zu kennen das finde ich cringe ja naja ich finde es cringe sich so eine Snusso anzueignen aber oder versuchen die zu gründen das ja manchmal Gronke ist hergegangen und hat über mich Sachen erzählt oder hat sich in Videos und Livestreams über mich lustig gemacht über die letzten 5 6 7 8 Jahre seit 2015 16 hat er sich angefangen über mich lustig zu machen in verschiedenen Videos es geht dabei darum dass Gronke von meiner Kommune erzählt von wegen Gangbang Kommune weil es zum Thema freie Liebe geht freie Liebe aber nicht gleich was mit Sex zu tun hat das habe ich gerade versucht zu erklären dass die freie Liebe hat nicht zwingend was mit Sex zu tun das gehört auch dazu weil es ein Ausdruck der körperlichen Liebe ist es hat aber nichts mit dem emotionalen Aspekt der Liebe zu tun deswegen habe ich versucht diese Sache zu erklären und was die Sache mit Gronk angeht was er so erzählt in seinem Videos in seinem Livestream über all die Jahre wo er so ein Schwachsinn von sich gegeben hat wo er sich so lustig gemacht hat über meine Sachen ja ich meine er hat prinzipiell irgendwas erzählt was dir nicht gefallen so ja gut Punkt warum machst du denn jetzt dieses Video über das was ich mache ich habe es vorhin schon erklärt es gab so ein Video wo er sich über meinen Poster Verkauf lustig gemacht hat ich habe damals den Strom abgestellt bekommen nach mehreren Jahren aus irgendeinem Grund kamen die nach ein paar Jahren an und haben den Strom eingezogen warum die das nicht gleich gemacht haben verstehe ich bis heute nicht ich finde es auch ein bisschen interessant dass Rainer so einen ganz weiten Bogen schlägt zu dieser Stromlos Staffel und dann kamen die nach ein paar Jahren und haben bei mir den Strom abgestellt für 15.000 Euro Strom schulden und ich habe eine Nachricht über Internet abgesetzt und habe gesagt ich bräuchte Hilfe irgendwie eine Möglichkeit Livestreams irgendwie zusammen was zu machen irgendein Projekt oder irgendwas ich muss irgendwie was machen ich muss schauen dass ich diese Kohle ranschaffe und das habe ich an mehrere YouTuber gefickt und Gronk hat drunter geschrieben ich hätte dir wirklich gerne geholfen es ist echt schade aber jemanden der hier so rum spammt weil er es so nötig hat dem helfe ich nicht und dann habe ich mir so gedacht Alter sag mal spinne ich jetzt spinne ich jetzt ja ich hab das nötig ja Rainer aber ich meine was hast du denn erwartet was da kommt wenn du allen die gleiche Nachricht schickst und ich hab das 5,6,7,8 YouTubern geschickt weil ich wirklich Hilfe gebraucht habe ich habe das nicht gemacht ja wenn ich Hilfe brauche kann ich auch 100 YouTuber anschreiben wenn ich Glück habe antworten mir drei Leute darauf so wie dir geantwortet wurde das interessiert doch keine Sau ob es jetzt einem Typen schlecht geht mit dem ich nichts zu tun hab ist ja nun mal so weil ich mich irgendwie bereichern wollte ich hab das gemacht weil ich keinen Strom hatte weil ich da stand weil ich von heute auf naja naja dir wurde dann ja auch Geld gespendet und dir wurden ja auch Post abgekauft und was hast du davon gemacht du hast dich auf irgendwelchen Sex Hotlines rumgetrieben und hast dir irgendwelche Mitgliedschaften für irgendwelche Ficky Ficky Seiten geholt und hast dir Animes gekauft da stand ohne alles ohne Möglichkeit und trotzdem hab ich mich dann alleine aus der Scheiße gezogen indem ich den Poster verkauft gemacht hab weil ich die Poster von einem Projekt was ich vorher geplant hatte was ich aber nicht umgesetzt habe oder umsetzen konnte hab ich damals den Poster verkauft aus einer Idee heraus aus einer Laune heraus gemacht und mit Hilfe dieses Poster verkaufs konnte ich mich aus der Scheiße ziehen nur deswegen konnte ich mich aus der Scheiße ziehen und darüber hat sich dann jemand wie Grand lustig gemacht dann frage ich mich echt wie kann man sich über jemanden lustig machen der um Hilfe bittet dann verarscht wird sich dann selbst aus der Scheiße zieht mit einer kontroversen Situation es schafft und dann macht man sich über diese Situation trotzdem lustig das ist das was ich nicht verstehe ja Rainer wie gesagt du hast alleine schon vorher viel zu viele Fehler gemacht und auch danach also hast du ja immer weiter geliefert so du hast ja wirklich du hast danach extrem die Lolkau gespielt und das bist du ja bis heute der Gute da als der als der wenn ich dich und Gronk nebeneinander stelle dann ist Gronk auf jeden Fall der Gute YouTube Papa oder so aber letzten Endes ist es eigentlich letzten Endes nur ein Arsch zumindest oh Arsch hat er gesagt er hat gesagt Gronk ist ein Arsch dem wie ich ihn mitbekommen habe und erlebt habe ich habe eigentlich nie was gegen Gronk gehabt habe ich auch nach wie vor nicht weil auf so ein Niveau begebe ich mich normalerweise nicht klar nenne ich ihn jetzt Arsch weil er in dem Moment einfach ein Arsch schnell ein bisschen zurückruder vielleicht will Gronk ja auch nochmal reden das war da beurteile ich aber nur das Verhalten das ich kenne nicht das was ich nicht kenne und das was ich weiß ist er hat sich nicht um die Sache gekümmert er hat sich nicht darüber informiert und dann hat er angefangen darüber zu erzählen und das ist in meinen Augen ein Arsch ich habe hier sogar gerade den Post bekommen das war damals noch mein alter Account ich kann euch den Post mal eben vorlesen passt mal auf hier ich habe den Post hier gerade vor mir klar ich schreibe immer gerne Werbespammern Werbespammern sorry aber verarschen kann ich mich selbst schade das war sein Post damals ja vor allem absolut richtig vor den Jahren und ich stand dann ich saß an meinem Handy und ich konnte es nicht fassen ich konnte das nicht fassen ich stand da an meinem Handy wie gesagt was hast du denn erwartet was da kommt ja alles klar komm hier in meine DMs und ich ich gebe dir jetzt das Geld oder was oder ich mache hier großen Gronkis drieben mit dir Handy und habe mir das durchgelesen und ich konnte das nicht fassen seine Antwort war öffentlich das war ein Twitter Post das war ein Twitter Post damals ich bin ich glaube dieser Gronk Stachel sitzt so tief bei ihm ich bin da echt enttäuscht gewesen damals von der Aktion komm mal rein und du stellst dich jetzt doch hin und sagst ah ich bin ja gar kein Fan von Onkel Gronk und so aber wir wissen ja alle dass es anders ist wir wissen doch alle dass es anders ist und du weißt es doch auch du versuchst jetzt gerade nur diesen Move zu machen von wegen so ja ja stört mich gar nicht stört mich gar nicht und das hat sich aber auch der hat sich aber dafür auch nie entschuldigt ja warum soll der auch hast du dich für deine Spammerei entschuldigt oder hast du Ansagen gemacht an ihn und an andere die dir nicht einfach irgendwie Geld beweisen wollten das muss man mal dazu sagen er hat sich dafür nie entschuldigt und auch für die ganzen Verarsches in seinen Videos er hatte mindestens eines in so einem komischen Feuerwehrspiel wo er mit Turbinator Pandoria äh Turbinator Pandoria Currywurst LP zusammen gemacht hat hat er sich über den Posterverkauf lustig gemacht nachdem er diesen Post veröffentlicht hatte das war nach diesem Post danach habe ich irgendwann eine Woche zwei Wochen später habe ich den Posterverkauf gemacht und dann hat er sich darüber lustig gemacht ja wie dann kam wie ganz YouTube Deutschland sich darüber lustig gemacht hat in ein paar Sachen weil es halt super blöd ist in verschiedenen Projekten vor unter anderem zum Beispiel damals in lass mich überlegen dann hat er sich darüber lustig gemacht na komm auf den Punkt dann hat er sich in verschiedenen Videos mit Turbinator zusammen in den Arsch abgelacht was zum Beispiel von der Ding war von der für die die es nicht wissen Ding ist das Gegenteil von Zeug äh warte gleich habe ich es dann hat er sich darüber lustig gemacht für äh von der von na wie hieß das scheiß Spiel jetzt von The Forest hat er mit Turbinator zusammen The Forest aufgenommen und zu dem Zeitpunkt hat er zusammen mit Turbinator Pandoria und Currywurst LP auch viele viele Videos von von Ding aufgenommen ach von Ding Rainer was mich was mich hier äh äh erstaunt quasi ist dass dir dass du dir nicht merken kannst was du in deinem letzten Stream erzählt hast dass du dir nicht merken kannst was du vor 5 Minuten erzählt hast aber dass dir diese Sachen noch sehr sehr gut in Erinnerung sind daran sieht man wie sehr sich das verletzt hat ähm von Dead by Daylight und auch da haben sie sich öfter über mich lustig gemacht so und äh da komme ich dann darf ich mir jedes Mal immer wieder und immer wieder diese Scheiße anschauen und übrigens wer sich jetzt darüber aufregt hör auf mit der Scheiße der verpisst sich bitte aus meinem Stream ich möchte keine Leute haben die sich das jetzt nicht anhören können weil wenn man euch mal die Wahrheit sagt und die Wahrheit aufzeigt dann heißt es immer halt die Fresse ja Rainer wenn dir jemand die Wahrheit sagt dann bannst du ihn raus nein ich halt die Fresse nicht Gronkh hat sich doch es wäre immer besser wenn du die Fresse halten würdest heiße Verhalten und danebenverhalten Punkt es ist einfach eine Tatsache hat er überhaupt nicht wo hat er das denn gemacht Rainer du hast dich scheiße verhalten auch quasi auf dein React auf Gronkh seine Reaction auch da hast du ja und dann hast du sofort danach Ansage gemacht anstatt einfach mal dir durch den Kopf gehen zu lassen was dir da gesagt wurde und dann kann ich mir sowas wie diese Sache mit der Kommune jetzt noch anschauen wo er absolut unqualifiziert ist auch nur ansatzweise sich eine Meinung darüber zu bilden weil er ja du auch wie gesagt weil er sich halt null informiert er null Ahnung davon hat wovon er redet ja du auch und dann darf ich mir anhören halt die Fresse ich habe viele Fehler in meinem Leben gemacht aber das was andere gemacht haben kann man ruhig auch der Chat schreibt Gronkh will sich nur an dir hochziehen bei dem läuft es nicht mehr mal aufzeigen denn mein Verhalten ist sehr oft dadurch beeinflusst gewesen wie ich mich verhalten musste weil manche Leute sich einfach daneben benommen haben nee es war genau andersrum es musste eine Instanz geben und das waren in diesem Fall die Hades weil du dich daneben benommen hast immer und immer wieder und damit du nicht kleinen Leuten wie du es heute auch immer noch tust irgendwie den jungen Menschen das Taschengeld aus der Tasche ziehst muss es da Leute geben die quasi das Gegenstück sind und die über dich informieren deswegen sage ich es ist einfach daneben dieser ganze Schwachsinn so das wäre es jetzt aber auch eigentlich zu dem Thema von meiner Seite aus ich habe echt keinen Bock auf diesen Kindergarten Ofenkäse besser ist wohl der wird schon dafür sorgen ach so da kommt übrigens noch eine Sache dazu jetzt muss ich doch noch was loswerden Klonder und Ofenkäse wurden bei ihm erwähnt im Livestream und er hat auf den ihre Kommentare reagiert genau weil die einfach aktiv im Chat waren Rainer weißt du wer nicht aktiv im Chat war du weil du einfach auf Lebenszeit auf Twitch gebannt bist auf mich hat er nicht weil du die Endbombe gedroppt hast die ganze Zeit reagiert ich wurde gesperrt bei ihm im Chat und ja ich bin auf Twitter auch auf Twitch auch unterwegs das ist Bullshit und das ist nachweisbar Bullshit wir können uns deinen ganzen Stream angucken du hast die ganze Zeit so da gesessen und hast dazwischen gelabert und wenn du in seinen Chat geschrieben hättest das ganze war ja live dann hätte man gesehen wie du irgendwo was tippst hast du aber nicht also schon wieder mal gelogen mit einem Privataccount und da da schreibe ich auch hin und wieder mal da wurde ich gesperrt bei ihm von seinen Mods weil ich Drachenlord im Wort erwähnt hatte Ofenkäse und und Klonder aber nicht da frage ich mich noch letzten Endes letzten Endes nennt man das objektiv wenn man negative Sachen vorliest aber positive Sachen und einen Tisch fandest was für positive Sachen denn krank dass Leute reingespampt haben oder reingeschrieben haben hier Rainer streamt auch gerade geht mal auf seinen Stream nee willst du als kann ich dir sagen willst du als Streamer nicht haben wenn ich darauf hinweise dass jemand den ich mag streamt so dann sag ich ey guck mal der streamt gerade wenn ihr Bock habt geht doch mal darüber das möchte ich aber nicht von meinen Zuschauern haben außer natürlich die schreiben mir rein ey Rainer streamt gerade der erzählt den Blödsinn so ne oder ich komme gerade von dem und dem Stream rüber zu dir und ich höre mir beides an oder so aber prinzipiell möchtest du keine Fremdwerbung in deinem Stream haben so prinzipiell also wenn jetzt ich zum Beispiel streame möchte ich nicht Leute haben die sagen oh Leute hier Gronk streamen richtig geil gerade nice 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 der spielt hier Fortnite ne geht man darüber also du willst diese Werbung nicht in deinem Stream haben so das gehört sich auch nicht das irgendwo anders da reinzuschreiben aber machen wir uns nichts vor Drachis haben halt auch echt wirklich keine Ahnung von dem ganzen Scheiß ich hatte dir ne Chance gegeben wer bist du denn dass du ihm ne Chance gibst Rainer du hättest gerne von ihm ne Chance wer bist du dass du ihm ne Chance gibst du hast dich du hast dich geweigert diese Chance anzunehmen du kannst dich nicht beschweren dass ich dir keine Chance gegeben du bist ihm scheißegal ich hab dir über die Jahre mehrere Chancen gegeben dich dazu mal vernünftig mit mir auseinanderzusetzen auch außerhalb vom Internet wenn es nach mir gegangen wäre hätten wir das nie machen müssen du hast mir damals Turbinator auf den Hals gehetzt da hab ich mich mit Turbinator unterhalten und die Sache mit Turbinator ging dann auch nach hinten los ach komm schon der hat dir dich auf den Hals gehetzt Turbinator hat sich herabgelassen mit dir mal irgendwie fünf Minuten zu schreiben oder mal irgendwie fünf Minuten im Discord rum zu pimmeln und mit dir sich zu unterhalten er hat ja gemerkt was für ein Hurensohn du bist was für ein ekelhafter und abscheulicher Mensch du bist und hat gesagt Mitteloff so ein Ding war er nämlich und dann darf ich mir jetzt immer so ne Scheiße geben du willst dich an mir hochziehen das glaub ich nicht sagen die Leute hier gerade oder haben die Leute gerade hier gesagt ich hab mir Scheiße gehabt wenn ich mir hochziehen wird sondern nicht interessiert mich auch nicht glaub ich auch nicht aber selbst wenn es so wäre mach das wenn du meinst wenn du das nötig hast das Verhalten dafür wie die Hater hast du ja schon auch wenn du vielleicht kein Hater bist aber du vielleicht dein Verhalten imitierst damit du selbst wieder ich glaub gar ein richtiger Elite-Hater ein bisschen Reichweite kriegst das weiß ich und dieser ganze Schwachsinn das ist alles unnötig gewesen anstatt sich mal positiv zu etwas zu äußern weil man sagt okay diese Idee mit der Kommune hat hier und da Fehler hat hier und da Schwächen kann man vielleicht mal auf hier und da auf Schwächen hinweisen ja aber deine Idee von der Kommune hat nur Schwächen und da war ja nichts Positives bei dass er hätte sagen können okay das ist positiv kann man ja machen hab ich kein Problem damit wenn man auf Schwächen hinweist aber das hast du gemacht er hat ja auch gesagt dass er zum Beispiel die Idee von der Kommune interessant findet dass es nichts für ihn ist aber dass er es generell interessant findet mach das jetzt keine Schwächen hinweisen du hast irgendwelche Sachen erzählt von denen du nicht qualifiziert warst darüber zu reden weil du keine Ahnung davon hattest worüber du redest und zu guter Letzt hast du dann auch noch ganz schön Öl ins Feuer gegossen ne ich hab vor kurzem ein Foto von jemandem gesehen da waren Typen die beim Grill gestanden und schüttet gerade so Spiritus ins in den Grill wo dann eine Stichflamme entsteht und da oben drüber steht wenn meine Freunde sich streiten bin ich der der mit dem Öl ins Feuer schüttet oder ja Rainer R.B. Gronk ist nicht dein Freund hättest du gerne ist aber nicht so das so ähnlich das dachte ich mir dann das würde auf Gronk auch gut passen ich hab keinen Bock auf ne schmutzige Schlammschlacht dann hör doch auf damit ich hab Gronk ne Chance gegeben das öffentlich oder privat zu klären was hat der denn mit dir zu klären was soll er dir denn erzählen also ich mein wenn er jetzt sagen würde pass auf Rainer lass uns sicher auf ich bezahle hier mal 7,99 für deinen Discord ich komm da rein und äh jetzt erzähl mir mal was hast du ihm zu sagen was hat er dir zu sagen so nix gar nix das Thema ist für mich an dieser Stelle durch es gibt da nix zu klären ne Rainer ich glaube dass das Thema ist noch lange nicht durch ich glaub das wird dich emotional noch sehr sehr lange mitnehmen und das merkt man dir auch an in den letzten Tagen wie gesagt du hast sowas wie Liebeskummer gerade ich find's jämmerlich sonst Verhalten an den Tag zu legen find ich schon bei jedem anderen eher lächerlich gerade bei Gronkh find ich's am lächerlichsten weil er sich auch nie entschuldigt hat bei mir obwohl ich ihn dazu auch schon aufgefordert hab ja natürlich das ist natürlich das ist natürlich die ehrlichste Art von Entschuldigung wenn du jemanden erst dazu auffordern musst sich zu entschuldigen mein Verhalten war nicht immer perfekt war aber immer eine Reaktion auf die Aktionen von ihm ne ist genau anders rum gewesen ja meine Damen und Herren und hier beenden wir das Ganze es kam jetzt noch ein Match mit hier hier Hartgeldmaske das hat er prinzipiell die gleiche Scheiße nochmal erzählt und hat sich da über Gronkh ausgelassen aber der war jetzt nichts Neues für uns dabei deswegen hab ich das mal rausgelassen ja und damit sind wir auch am Ende hier meines Videos ich bin hier besser durchgekommen als ich gedacht hätte ich hatte gedacht ich bin halt wahrscheinlich viel emotionaler quasi wo ich das geschnitten habe habe ich schon das eine oder andere mal gemeckert hier naja aber glücklicherweise ist es nicht passiert trotzdem ist es ein schwieriges Thema auch für mich es ist Samstag oder Sonnabend ich wünsche euch einen wunderschönen Start ins Wochenende vielen Dank dass ihr vielleicht bis jetzt zum Ende zugesehen habt folgt mir auf Instagram Link ist hier quasi in der Videobeschreibung und auf hier in der Infocard oben ähm ja das bleibt mir noch zu sagen haltet alle die fest die ihr lieb habt ja ich könnte jetzt noch einiges von mir geben aber ich lasse es einfach mal sein und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende lasst knacken Pakuna Matata und Metal auf meine Lieben ja und denkt an eure Tabletten auch das ist das ist ein wunderschönes auch das ist